Iglo präsentiert knusprige Ablenkung mit Fischenrösti und zarter Mischung. Mahlzeit, gibst du mir auch ein bisschen Gemüse? Seit wann isst du das? Seit deine Freundin hat. Papa, dein Fisch ist voll knusprig. Lenk mich zum Thema ab. Na danke, schön, dass wenigstens einer meine Kochkünste bemerkt. Gut hast kocht, Schatz. Und was gibt's morgen? Was ist jetzt mit der Freundin? Also wirklich super, der Fisch, Papa. Ja, jetzt wissen wir es schon. Iglo, is was gescheitzt.